Manchmal genügt eine einfache Wasserflasche, um sich die Schulter selber wieder einzurenken. Patienten, die sich die Schulter auskugeln, werden sich ein Leben lang daran erinnern, weil es ein sehr schmerzhaftes Ereignis ist. Und der erste Schritt, nachdem man sich die Schulter ausgekugelt hat, ist natürlich, die Schulter wieder einzurenken. Die Patienten kommen in der Regel über die Notaufnahme zu uns und im Rahmen der Notaufnahmebehandlung machen wir zunächst eine bildgebende Diagnostik. Das ist in der Regel ein Röntgenbild. Und nachdem wir im Röntgenbild gesehen haben, dass die Schulter nicht gebrochen ist, sondern ausgekugelt ist, wird die Schulter wieder eingerenkt. Und in St. Georg machen wir es in ca. 80% der Fälle so, dass wir die Patienten praktisch hinlegen, ihnen etwas Schweres in die Hand geben, das kann beispielsweise eine Wasserflasche sein, und sich hier runter nach wenigen Minuten die Schulter wieder von selber einrenkt. Sollte dies nicht funktionieren, kann man eine zusätzliche Kurznarkose machen. Damit bekommt man in der Regel die Schulter immer wieder in das Gelenk eingerenkt. Anschließend macht man ein Röntgenbild, um die richtige Stellung der Schulter zu diagnostizieren und festzustellen. Die Schulterluxation führt natürlich zu einer maßgeblichen Instabilität der Schulter, denn der Kopf hat ja im Rahmen der Schulterluxation die Gelenkpfanne verlassen und damit die ganzen weichteiligen Strukturen herum erstmal deutlich gedehnt und destabilisiert. Bei einigen Patienten, insbesondere bei älteren Patienten, schrumpft die Kapsel praktisch nahezu von alleine und viele der älteren Patienten können konservativ behandelt werden. Bei jungen Patienten oder bei Überkopf-Sportlern beispielsweise ist es so, dass da eine ganz andere Bedürfnislage an die Schulter existiert und wenn man bei diesen Patienten die Schulter nicht stabilisiert und stabilisieren heißt in der Regel operativ zu stabilisieren, dann kann eine Folge sein, dass die Schulter immer wieder ausdrängt und auskugelt und das kann wiederum zu einer schweren Arthrose des Schultergelenks führen, die mit Schmerzen einhergeht und irgendwann nicht mehr ohne Gelenkersatz behandelt werden kann. Also um zu verhindern, dass die Schulter immer wieder auskugelt und dauerhaft instabil bleibt, ist bei einigen Patienten die Operation notwendig. Die Notwendigkeit einer Operation macht man von vielen Faktoren abhängig. Zum einen braucht man eine schnittbildgebende Diagnostik, das ist in der Regel ein Kernspinn, ein MRT. Da schaut man sich einmal die Gelenklippe an, schaut sich die Kapsel an, schaut sich die Knochen an. Ein zweiter maßgeblicher Faktor sind die Bedürfnisse des Patienten und das Alter. Wenn wir jetzt einen älteren Patienten haben, der nicht mehr viel über Kopf macht, ist das ein Patient, der ganz andere Bedürfnisse hat als ein junger Patient, der klettern gehen möchte, der Sport machen möchte und der sich körperlich aktiv betätigen möchte. Und diese Einzelinformationen setzen wir im Prinzip zusammen und es ist in der Regel so, dass wir den körperlich aktiven, jungen Patienten, der einen Ausriss der vorderen Gelenklippe hat, zusammen mit einer Erweiterung der Schulterkapsel, dass wir diesem Patienten anraten, die Schulter operativ zu stabilisieren. Denn wir wissen, dass wir mit der operativen Stabilisierung hohe Erfolgschancen haben und die Schulter mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 5% nochmal wieder ausrenken wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017